Das heißt, wir müssen da reinfahren und da drin bleiben oder was oder wie? Oder ist das Feindbasis? Das ist Feindbasis. Ich bin mal gespannt, wie sich die Mexiko-Diffuso anstellen, die zwei Krippe. Alter, da rede ich auch noch Französisch mit mir hier. Wo ist das mit Dich? D GC da, Renaissance! Ja, das habe ich verstanden. Die Dicke gibtiene Hollywoodstoff. Ja, sehr cool. Oh, jetzt kann man sogar in die Wand schießen. Oh, ja. Mit AP machst du deutlich mehr Schaden. Puff. Wie ist die mit HE die ganze Zeit? Warte, eben kurz HE. Da lasst das auf mich zu schießen, ich glaube es hackt. Da hinten dran komme ich jetzt nicht. So, dann fahren wir mal zur Riege, dass wir zusammen bleiben. Nürnberg ist AFK. Nürnberg ist AFK. Da ist nicht mehr. Dann kommt eine Kreuzruhe. Oh, schon wieder. Alter. Alter, von wo kriege ich hier jetzt mal eine Zitadelle rin gedrückt? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das sind die, 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 die Force sind das. Oh, bist du losgefahren? Nürnberg. Hast du gemerkt, dass Torpedos kommen? Ne? Was ist denn da festgemacht? Ich. Wieso kann ich nur 10 Kilometer schießen? Was soll denn der Blödsinn? Waffenlager. Okay. Waffenlager. Jedes laufen auch 10 Kilometer. Ja. Bums. Oh ja. Das ist eine falsche Anzeige. Ich krieg 10,8 angezeigt, kann aber schießen. 15 sogar. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist nicht so. Es ist nicht so. das ist doch die afghanen nürnberg was aber schön kassiert schon das müssen wir jetzt da hinten zum anker oder was er war vorher alles die vier schiffe raus zwei stück mehr sind ja wirklich beschützt habe ich noch gegen gekriegt hoffen hier muss irgendwo ein schief sein boah ist die kleinen kakakaka Ich glaube der Mannschaft, Nikola Alarmbereitschaft. Ich glaube der Mannschaft, Nikola Alarmbereitschaft, Nikola Alarmbereitschaft. Ich glaube der Mannschaft, Nikola Alarmbereitschaft. Ich glaube der Mannschaft, Nikola Alarmbereitschaft, Nikola Alarmbereitschaft, Nikola Alarmbereitschaft, Nikola Alarmbereitschaft. Jetzt brauche ich aber Hilfe mal hier. Sind doch da. Oh Mann. links Das ist doch ein V-170. Ja... Bis... ... immer noch nicht. Ehen Schiff fehlt noch. da, einmal drehen was schießen wir uns denn ein? Kreisbrot, oder? Jodo ist am nächsten nur vier Minuten hoch 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 Was ist das? Wollen wir doch auch ein Schlachtschiff rausnehmen. Wollen wir doch auch ein Schlachtschiff rausnehmen. Ich wollte jetzt nicht torpedieren, ich habe vier Kilometer. Ja, da fahre ich ran. Ich habe Zähne. Ja, siehste. Ja. 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 verstärkungsgruppe erst einmal zurück ich bin hier vollkommen so weit vorne das geben dann muss noch ein zerstörer steht ja ja im nebel zerstörer ist raus sehr schön und ich bin auch raus alter echt jetzt da kommen wir noch mehr abgeschlossen hinsicht zurück alles klar da kommen aber auch gegner ja Okay, fuck. Nerv mich nicht. Müssen alle Schiffe in den Hafen hier? Ich hab grad sagen wollt ihr in New Mexico da oben rechts. Ich will mich da oben. Fuso hier Piaz, mach hier keinen so auf Lemmy hier. Zeit läuft ab. Echt jetzt? Ja. Das ist ja jetzt nicht wahr, oder? Oh ne, ich hab aber auch hier... Kommt Welle für Welle und dann kommt auf einmal Zeit noch dabei. Also haben wir einen Arsch offen oder was? Können sich mal in die Haare schmieren. Schnauze voll. F*** ey. F*** 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 Vielen Dank.